Ja, wir waren jetzt schon losgegangen, aber wir haben festgestellt, es wäre echt ganz günstig, wenn der Martin seinen Rucksack heim nehmen würde. Ich wusste nicht, was das wäre, Leute. Ja, jetzt schaut es aus, als wären wir noch die ganze Ausrichtung dabei hin. Ja, mit 90 GB. Du kriegst ja schon ein paar Pornos auch alleine. Das ist aber nicht die Kamera, genau. Heute ist der Play-Doh. Oh, die Kamera. Ja, da habe ich wieder genau den Rücken. Genau jetzt, was ich sage. Mal die Bindung jetzt. Flut, flut.